hallo und heute spielen wir wieder wie ihr hier sehen könnt eine runde was ich entdeckt habe leute ist man kann updates machen das habe ich nie gemacht erscheinungs also das ist das neuste wirklich hier ist das meiste dann machen wir nämlich man hier genau so machen wir hier alle sind schon und fortsetzen 80 81 sogar wir brauchen noch räume so stimmt aufgabe abbrechen ja denn sonstiges grafikstudio 500.000 soundstudio 500.000 unterthema machen wir alles mal einfach hier wir entwickeln mal ein neues spiel sagen was ist gerade so im hype adventure 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 eine umbildlich geschicklichkeit das hier und das thema motorräder 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 ist das keine lizenz hier diese plattform alle aktivieren alle features achso e plus und let's go dann wird das nämlich auch gemacht ja schön dass es ist man da würde fortsetzen die wachsen auch ganz gut gesehen dass wir 13 millionen aufgabe ich versuchten welcher hat sie da hat nur drei sterne und die anderen haben alle hier 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 marktstärke hier ich muss leider den was weiß ich wie die heißen enttäuschen die ja 83 mal gucken wie das abgeht wenn es gar nicht abgeht dann bin ich hätte wieder die anderen betrauensverlust keine neuen lizenz wir müssen auf jeden fall ein update für was hier raus bin mit das länger ich meine ich bin ich bin ich ja bei mir eingestellt in design eingestellt Ich packe jetzt hier 3 Game Design einfach rein. So. Jetzt hier überall ein Club. Ja, sind jetzt alle voll, okay. Forged Engine Features. 2D. Und wir entwickeln auch ein neues Spiel, nämlich eine Fortsetzung von... 2D. 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 So. Zack, zack, zack. Okay. Nice. Sogar noch ein Bonus. Oh, komm. So. Hm. Vorzuziehen. Na. Äh. Wir können größer und mäßig dann machen. Wir haben jetzt Kaule. Äh, einmal 84. Ich geh halt wirklich nur noch Hype. 81. 80. Oh. 86. Die Konsolen haben wir ja noch nicht. Let's go. Und wie viele? Boah. 1.800 gemacht. 63.000. Habe ich jetzt so hochrennen? Hm. Ich mach einfach hier die wieder. Ich glaub das ist am schlauesten. 81. Gucken wir jetzt schneller hier, ähm. Dingsgenau. Mal gucken. So. So. Aufenthaltsraum, ja. Zwischennehmen, dann an Mitarbeiter. So. Gucken wir mal. Aufenthaltsraum. Mach ich dann einfach hier hin. So. Boah. Sorry Leute. Das wollte ich nicht. So. Dann kommt hier noch eine Tür. Wenn wir die hier hin machen, weil dann könnt ihr hier noch so einen Raum hin. So. Aufenthaltsraum für die Leute. Haben die ein bisschen hier noch krass. Ah. Boah. Haha. Yo. Guckt mal Leute, wie ihr seht ihr das? Ja, ich weiß, dass jetzt hier jeder verlässt. Boah. Junge. Wie die alle direkt hierhin stürmen. Okay, aber dadurch wird irgendwie... Boah. Oh. Oh. Also ich will das hier so erhöht, dass die dann wieder Bock haben zu arbeiten. Und sich wieder neue Leute einstellen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Game Designer, ja. So. Programmieren. Ja, haben wir hier noch einen 50er. Der kommt unbedingt rein. 46er auch. Hm. Grafikdesign. Ja, ist der hier. Jetzt kuss. Ah. Boah. Fast. Eine Milliarde fast? Ne. Eine Milliarde kann nicht. 99. 99. 100. Mio. Wenigstens ist die Stimmung jetzt schon mal hoch. Okay, sie geht grad runter. Aber sie ist auf jeden Fall hoch. Gameplay Features. Ähm. Gameplay Features. Natürlich machen wir die. So. Dann einmal neues Update für Rex 2. Das sagt. Rex 2 kriegt dann ein Update. Und da kommt auch ein Add-on. Das nennt sich Rex Add-on 1. Maximo. So. Unterthema. Ja, weiß nicht. Ja. Weiterhin. Wir machen das so schnell mittlerweile. Äh. Publishing. Ja. Mh. 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 Keine Gott oder was. Was ist mit dieser komischen Frau los? Ich verkauf dich gleich. Jetzt sitz ich da hin. Ah. So. Was auch immer das bedeutet. Okay, ich hab jetzt Plus gemacht. Und hier seht ihr, Rex 2 hat einfach schon mehr Plus gemacht. Okay. Also ist die andere Plattform deutlich besser. Mh. 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 das ist nicht ganz normal ist auch direkt ein zweites update noch aus ein bisschen länger wahrscheinlich so sonstiges jetzt kann ich immer gucken werkstatt unter trainingsraum sport und wir entwickeln auch wieder direkt neue spiel nennen wir so wie der geschicklichkeit und so unter thema machen wir mal dann sind so neue plattform ja alle sparen sind aktiviert neue ich muss das hier größer machen plus das neue spielt das neue spiel da kann ich nämlich in drohe machen also hier denke ich kommt uns ort bereich noch hin dass wir heute arbeiten hier würde ich dann weiß nicht erst mal bessere grafik wächst life jahr hat für pappen naja immerhin habe ich besser auf die beste soundtrack und spätes jahr ist und das kann ich jetzt praktisch hier 80 dann warten wir jetzt erst mal und seite machen auch direkt ein add-on für das spiel da kommt keine neuen rein trotz setzen ok würde ich sagen das war es aber erstmal mit diesem video wenn es euch gefallen hat gerne ein like ein abo und kommentar da haben wir jetzt mittlerweile 15 millionen bald erreicht wenn es euch gefallen hat wie gesagt gerne ein like ein abo und kommentar da lassen habt einen traumhafen tag haut rein hat euer gestern so tschau tschau bis zum nächsten Mal wo 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 wo